Und somit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Episode Daisy19 nur mit Daniel und mir. Das ist nun das erste Video aus dem neuen Update aus der 113 auf diesem Kanal. Nach dem Update gab es natürlich einen kompletten Server sowie Charakterwipe und auf dem Server hat sich generell ein bisschen was getan. Schaut selbst ab ins Video, viel Spaß euch, vergesst nicht zu bewerten und ich würde sagen, let's go! Jo, Bro, was ist los, Mann? Nicht viel bei dir. 1.13, nice. 1.13 hier natürlich gestartet hier, Leute. Geil, oder? Richtig nice hier natürlich. Auf jeden Fall, hast du das hier schon gesehen? Siehst du, ganz einfach. Ja, hier kann ich es auch. Easy going. Ne, einmal vom Profi abgeguckt. So, auf jeden Fall sind wir hier mitten in Baumhäusern. Nice, hier ist natürlich der Weg versperrt. Sieht eigentlich ganz nice aus. Kann man sich jetzt eher weniger beschweren, muss ich sagen. Oh, hat was, aber ja. Was bringt das genau? Fun? Military Baumhaus? Military Baumhaus, ja, genau. Und hier Blut? Und man da durchfallen kann? Bestimmt nicht, oder? Nee, Quatsch, die kann man da nirgends durchfallen, Mann. In der Daily Standalone doch nicht. Stabile Leistung hier, nice. Stabile Leistung geht es noch ganz nach oben. Ich bin ganz oben. Er ist ganz oben. Und jetzt haben wir es geschafft, oder was? Im Grunde gibt es jetzt für uns hier auf dem Server nichts mehr zu sehen. Das war es, ne? Das war schon wieder alles. Ja. Liebe Freunde, damit würde ich sagen, war es das für diese Episode. Bis nächsten Sonntag, 19 Uhr. Perfekt, Mann. Yo, Bro. Was ist denn? Hier noch der ein oder andere Change, natürlich. Der Change hier auf dem Server, Leute. Natürlich, der ein oder andere. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir in das obere Gebiet hier der Military Base kommen. Das war mal Vibor hier und ist jetzt immer noch... Digga. Immer noch... Ja, was? Hier ist eine Leiter. Ja, was findest du auf der Leiter? Ja, aufs obere Gebiet, oder? Ja, genau. Aufs obere Gebiet natürlich. Ach so. Ja, natürlich hier. Guck mal. Und schon bin ich da. Ah, aufs obere Gebiet. Ach krass, man muss wirklich hier durch den Tower? Weiß ich nicht. Oh, anscheinend nicht, oder? Ja, Tower ist natürlich immer sehr kritisch hier. Nee, ich glaube, das ist nicht so gewollt, dass man hier durchgeht, Bro. Das ist nicht so gewollt. Hast du Scheiße gebaut? Ich doch nicht, Mann. Ah, ich hab's auch geschafft. Nice. So. Und hier gibt's jetzt richtig hart Action, oder wie? Hier gibt's jetzt richtig hart Action, ja. Ich glaub, hier gibt's erstmal ein bisschen Loot für uns. Wir sind hier ganz, ganz fresh nach einem Update auf dem Server. Theoretisch kann hier eigentlich nix weg sein. Ich mein, das Menschenfleisch macht natürlich ein bisschen stutzig. Aber hey. Aber hey. Aber hey, natürlich. Lass doch mal das Gebiet hier abcampen und warten, bis einer reinrennt. Meinst du, das ist unser neuer Playstyle? Abcampen und warten, bis einer reinrennt? Das ist unser neuer Playstyle, ja, natürlich. Geil, nice, perfekt, Mann. Wir müssen uns ja anpassen. Ach so. Oh, shit. Was? Da kommt einer rüber. Da kommt einer rüber, Bro. Geh auf dieses Ding hier, oder was? Alter, der kommt rüber, der ist Fool-equipped. Achtung, Mann. Wo ist der jetzt? Brücke. Ich weiß nicht, soll man direkt das Feuer eröffnen? Ja, natürlich, der ist Fool, hallo. Ja, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Okay, jetzt sind die eine Baracke da rein. Willst du pushen? Ja, natürlich. Nee, nee, ich fang ihn ab. Ich kann ihn abfangen. Ich kann ihn abfangen, oder? Ist er noch in einer großen Baracke? Hat zwei Hits. Lol, schon tot, hä? Hä? Warum bist du schon tot? What the f... Moin! Kill ihn doch nicht! Ich mach ihn nur bewusstlos. Der war vollkommen in Ordnung. Ach, hör doch auf, wir werden so oft erschossen. Hallo. Moin, was geht? Moin! Noch nix um den Bausch. Was machst du denn hier? Bisschen looten. Und hier? Ja, haben wir eigentlich schon hier. Brauchst du, kannst du eigentlich direkt wieder abhauen. Hm, ja. Wird ja schwierig mit meinem Leben. Wenn man das Damage-System ist so behindert, also. Ich verliere ein Leben, ich spiele an Kansch ist. Und wache eine Sekunde später wieder auf. Macht voll Sinn. Lol. Gutes Game, gutes Update, oder? Neues Update, neues Mann. Hast du Essen? Gutes Update, Mann. Ich kann euch Fanta geben. Oh. Ja, gib uns einfach mal alles Essen, was du hast. Oh, alles? Du brauchst nix, oder? Vielleicht brauche ich das, ja. Später. Hat er das gedroppt? Natürlich. Ich kann dir eine Hose geben. Nee, ich dachte schon, an was Festes zu essen. Äh, wir tauschen Waffe gegen Essen. Was halte ich davon? Ein Tausch? Äh, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob du dir bewusst bist, in welcher Situation du dich befindest. Wie verhandelt der mit uns? Ja, okay, komm. Gut, Bro, gut gemacht. Gut gekontert? Nice. Jetzt darf ich seine angefressenen Peaches essen. Ja, immerhin, oder? Das ist eigentlich ein ziemlicher Disrespect von ihm, oder? Machen wir, Jungs. Töten ihr mich? Töten? Ja. Warum? Wir sind keine Killer. Weiß ich nicht. Es gibt halt komische Leute hier auf dem Server. Ja, die sind halt alle lost, Mann. Was ist los? Würdest du, hast du das Gefühl, dass wir komisch sind? Äh, ein bisschen, ja. Ach so. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ich finde uns relativ normal eigentlich. Wir sind die Normalsten in dem Spiel, glaube ich. Oder? Ja. Oh, sorry. Verklickt, verklickt, Mann. Verklickt. Ey, nicht schlagen, Jungs. Nee, Mann, nicht schlagen. Das ist nicht nett. Und, was sollt ihr noch machen? Wir warten auf den nächsten. Ach so. Wir ziehen jetzt erst mal weiter. Ach so. Ja, ich habe auch nur was zu essen. Okay, alles klar, Jungs. Sorry fürs fast erschießen, aber military full equipped ist das. Wahrscheinlich sorry, oder? Ja. Hier kannst du mal in den Spiegel gucken. Ciao, Mann. Okay, mach's gut, mein Bruder. Viel Spaß, wenn wir looten. Later. Ciao, guten Tag, Mann. Tschüss. Geil, Mann. Hier die ersten Begegnungen in der 1-1-3 direkt zerberstet hier den Lachs. Und trotzdem friendly geblieben natürlich, damit der Bruder hier natürlich auch glücklich weiter looten kann. Aber es ist schon heftig, wie schnell der bewusstlos war und auch wie schnell der auch wieder da war, ne? Ein Schuss bewusstlos, eine Sekunde später aufgewacht. Gutes Update wieder. Ist das jetzt hier die neue Daisy Standalone, oder was? Das heißt, jeder Schuss... Ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Das heißt, warte mal. Das heißt, jeder ist jetzt One-Shot, nicht nur ich. Jeder ist... Die haben das für mich angepasstes Game. Voll nett, oder? Nice. Über geil, ey. Scheiß ist das nice. Ja, gut. Das ist aber scheiße, ne? Ne, ich finde es gut. Endlich mal... Wird sich zeigen im Laufe der Zeit natürlich hier in der Daisy Standalone, ob nicht vielleicht auch mal ein bisschen was Positives hier im Game passiert. Und damit würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut, oder? Natürlich, weiter geht's hier. Nice. Der braucht Hilfe? Ja. Komm schon da her, Mann. Ja, ich renne. Was braucht der denn für Hilfe? Hallo? Hallo? Geht's dir gut, Mann? Keine Sorge, wir machen den Weg frei. Keine Sorge, ich bringe noch ein paar mit. Das brauchst du nicht. Wir wollen ihm helfen, Mann. Bring doch nicht noch mehr mit. Doch, Mann. Ey, was ist verkehrt mit dir, ne? Das ist die Frage, da muss man sich echt manchmal ernsthaft stellen. Was bitte? Womit bittet ihr die? Mit der Bohrmaschine. Mit der Bohrmaschine natürlich. Wow! Oh, pardon, wollte ich nicht. Sorry. Bist du verrückt? Bist du lebensmüde? Willst du mich töten? Wie macht man die denn an? Ich schlage einfach, das geht ganz automatisch dann. Du musst einfach auf das Viech schlagen, ja? Dann macht's Geräusche. Verstehst du das? Danke. Ja, danke. Danke, danke, danke. Gerne, gerne. Wir helfen gerne, wo wir können. Wo gehst du denn jetzt hin? Danke. Trockens. Das ist also so. Zeig doch lieber mal ein bisschen, wie dankbar du bist. Ich bin ziemlich dankbar, danke. So dankbar, dass du Essen droppen könntest, oder? Freut uns. Achso, okay. Ja, dafür siehst du aber ganz schön equipped aus, ne? Da muss man durchlaufen. Keine Magazin. Hast du deine Peaches schon gegessen? Ja, die sind auch gegessen. Ah, schade. Alter, ist er einfach ein Giersack, ne? Mann. Hier hebt man ja wohl auf für den Fall, dass man uns begegnet. Was ist los? Ja, wir sollen uns das gefällig schenken. Was soll denn das? Ich verhungere hier. Ja, das wissen viele nicht, aber die Peaches gibt es eigentlich nur hier für die Bambis, damit man die uns gibt. Ja, schön uns vor die Füße legt und wieder geht. Ja, genau. So wie sie es gehört. Wie er jetzt einfach abhaut, was ist los mit ihm? Gerne. Warum rennst du denn? Warum? Ey, komm, ich meine, er hat sich bedankt, ne? Aber ohne Peaches dann schon. Aufnahme aus und kill. Achso. Ne, machen wir nicht, ne? Ne, machen wir nicht, wir sind ja nicht so. Ja. Wir gucken mal weiter hier, wo wir unser Kamer noch mal ein bisschen aufbessern können. Oder wo nicht. Oder wo auch nicht. Genau, das ist natürlich jeder, der ist Standalone, eher die Seltenheit. Denn... Oh, da sehen wir uns gleich wieder. Man fühlt sich auch schnell zum Schlechten hingezogen. Let's go. Das ist natürlich richtig. Bro? Wo? Befolgt er mich? Hier im Prison. Leider, hier drin einer? Ja. Oh mein Gott, ne, er folgt dich nicht. Siehst du die Tür? Okay. Ja. Als ob hier einer drin ist. Ja, da ist einer drin, ich schwör. Mach mal die Tür zu. Ich blute. Ja. Tür ist zu. Muss ich mal eben kurz verstecken hier. Richtig smart, ne? Sich hier zu verbinden. Das ist echt so. Ja, hier drin hab ich gar keinen mehr erwartet jetzt. Ich auch nicht. Was hat er für eine Waffe gehabt? Ah, M16 glaub ich. Oh je, Mann, die ist stark. Scheiße. Ja, ich hab ne weg... Achso. Na, an der Ecke steht er. Echt? Ja, ja. Jo, was geht denn bei dir? Nicht viel anscheinend. Ja, auf die andere Seite. Oh, Alter, ich hätte dich fast erschossen. Nein, lass mal. Ich wollt grad schießen. Was ist denn los mit dir? Sag doch mal. Wow. Ja, ich... Achso. Alter. Wenn man hier so reinschießt, ne? Kann man hier vielleicht über die Fenster? Ja, so ein bisschen, weißt du? Ich aim grad oben ins Fenster rein. Ich dachte halt, ich könnte sein, äh... Ah, da kann man rein aimen. Ich weiß nicht, ob er reinspringen kann. Das wär nice. Kann man reinspringen? Oh Gott. Oh, nee, oh, das würd ich nicht machen. Ja, dumm. Ja, der ist nicht sein Loness. Anstatt gesprungen hat er sich festgehalten. Ja. Ja, er steht noch da an der Ecke. Ich hab halt so die Fantasie, dass man hier durch die Tür bangen kann, weißt du? Und dann irgendwie seinen Arm treffen kann, aber er ist halt... Das ist gut machbar, glaub ich. ...schwer zu koordinieren. Und ich hab noch einen Schuss in der M16. Alles andere kommt da, glaub ich, nicht durch. Kannst du auch reden, oder? Wie lange soll das hier gehen? Capslock ist, ähm... Mikrofon, ne? Scheiße, wenn wir essen haben, eher viel, oder? Mhm. Capslock, Bruder. Hast du kein Mikrofon, oder was? Ist ein Interaktionsgame, ne? Hm, naja. Versuch was wert, Bruder. Versuch was wert, auf jeden Fall. Ach so, warte mal. Ne, vielleicht kann man auch von oben hier reinschießen. Wer schießt, wißt du das? Ja, ne, er schießt jetzt. Ähm, wenn ich oben mich ducke und du auf mich drauf springst... Mach ich nicht. Okay. Dann würd's vielleicht gehen, dann würden wir ihn drehen. Das ist extrem gefährlich. Mann, ey, was ist denn hier los? Rede doch, Alter. Wo steht denn der genau? Der steht aber an der Treppe, ne? Der steht nicht direkt an der Ecke. Ja, unten, 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 ja. Ey, wir machen so Lärm, Alter. Das kommen hier bestimmt gleich andere noch. Ja, und ich stehe hier oben rum. Das ist nicht geil. Haben wir irgendwas, was wir reinwerfen können? Ja, ich hätte ne Smoke. Oh, Leute, ich hab ne Nate. Ah. Ja, wirf mal, wirf mal. Ja, mach den ruhig. Und versuch ich ihn wegzuholen, durchs Fenster. Meinst du, das ist ne smarte Idee? Weiß ich nicht. Ist, glaub ich, drin. Ich bin mir nicht sicher. Oh, ich hab's in die Zelle geschmissen, ey. Hat der Schall vielleicht ihn ein bisschen... Ich glaube, er hat kurz gewackelt. Ich hab ihn gesehen da an der Ecke. Oh, okay. Ist natürlich smart, wenn er wackelt. Das ist extrem smart. Was machen wir denn jetzt? Das ist ein bisschen festgefahren, ne? Ja, immer müssen wir rushen. Immer müssen wir rushen. Kommt man hier durchs Fenster vielleicht? Nein. Lol. Bist du drin? Ja. Nein, du bist drin? Was ist? Push ihn, push ihn, push ihn. Lol, what? What? Ich bin One-Shot und er fällt erst nach drei Schuss wieder um. Du glaubst gar nicht, wie viele Header ich ihm gegeben habe. Ich bin instant dead. Je, Leute. Ja, was gibt's? Kleines Update. Im Prison waren drei Leute. Daniel hat zwei geholt. Easy. Und wurde vom dritten erschossen. Ich hab den ersten geholt mit ihm zusammen. Ja. Und wir sind beide gestorben. Wir versuchen uns jetzt zu rächen, bevor die anderen wieder kommen. Krasses Teamwork, muss ich sagen. Aber man wird natürlich nicht belohneter Daisy Standalone fürs Zusammenspielen. Ne, One-Shot weg, Dad. Das ist leider so. Ja, das ist ganz normal in dem Game. Relativ lächerlich, muss man sagen. Aber gut, wer die Daisy Standalone spielt, der kann das natürlich nachvollziehen an der Stelle. Wir gehen mal direkt hoch hier und gucken da mal rein. Da liegt noch eine Leiche oben. Ich hab jetzt niemanden gesehen. Echt? Das ist keiner drin, meinst du? Ich hab mal zugemacht. Ach so, ich hab grad wieder aufgemacht. Naja, guck mal, da liegt schon Menschenfleisch. Also die haben das schon hier, die haben hier schon aufgeräumt. Oh, der liegt echt nichts mehr oder was? Vektor liegt hier halt noch drin. Brauchmaschine, dies, das. Was mit ihm hier? Oh. Hätte ich auch gerne gehabt. Naja. Ich weiß, deshalb hab ich es ja schnell genommen. Wie muss man ja durchkommen hier. Das ist richtig. Wir wissen alle, dass du flinke Finger hast, Bruder. So. Oh, ich hab hier noch ein bisschen aus. Oh, da ist, glaube ich, nichts mehr drin, denn? Doch, ganz. Das Magazin haben sie drin gelassen. Krass, geil. Oh mein Gott, Leute. Krasse Schüsse aus wie, boah. Ich muss sagen, es sieht auch ganz nice aus von hier. Es sieht richtig geil aus eigentlich, ja. Hab ich mir fast gedacht, dass du das auch so empfindest. Nee, ohne Scheiß, ich find's geil. Immer eine Abwärtslung. Ja, genau. Einfach ein paar Gebäude umstellen, ein bisschen was modden und schon sieht es halt geiler aus als die Stable-Version. Ja. Oh, warte mal, ich muss mir was zeigen. Was denn? Komm mal hier, bei mir. Was ist los, Mann? Siehst du die SKS auf meinem Rücken? Ja. Guck mal genau hin. Siehst du das auch? Oh, geil, eine Kugel geht raus. Eine Kugel schwebt da vorne. Warum ist ein Fluss eine Leiche? Weiß ich nicht. Alles klar mit der SKS, weil das ist natürlich keine gemoddete Waffe. Die ist natürlich Schrott. Nice. Und verpackt, naja, wir gehen jetzt mal rein hier, Leute. Hier sind viele Schüsse gefallen. Der eine oder andere Schuss von der eine oder andere, also wirklich mehrere Waffen auch. Ja, ich glaube, hier haben sich ein paar gekillt. Das ist schon im Bereich des durchaus Möglichen. Ist ja eigentlich normal in der Apokalypse. Rein da. Ist ganz nah, ne? Ja. Ich hoffe auf jeden Fall auf dem Sniper hier gerade jemanden laufen sehen. Weißt du, die kommen runter? Ja, also wir waren gerade oben im Tower und haben da ein bisschen gespottet. Und weiterhin verschiedene Waffen. Ja. Das ist echt Hotspot, ne? Seit dem Update hier ist es echt Hotspot geworden. Über Leichen, Mann. Ja. Meinst du hier rüber? Oh mein Gott, in den Wald. Mit den schwächsten Waffen wie dann im Game. Ja, er muss. Alle haben wieder diese OP-Waffen. Hallo? Sollen wir friendly versuchen? Ja, man. Friendly bessere Schuss haben wir nicht. Ja, ne? Also ich habe halt auch nur die HQs jetzt nicht so schlecht, die HQs. Oh, really? What the fuck? Ey, die Leute schießen und es springt mich an. Ja, das kann es echt nicht sein, ne? Das ist echt unlogisch, Mann. Hallo? Im Ernst? Ja, ja. Ey, wir sind die am schlechtesten Equipten hier. Und die haben keinen Schuss abgegeben. Die ruhigsten, ja. Einfach hoch, oder was? Einfach hoch. Sollen wir heute reden? Ja, müssen wir fast, oder? Hallo? Hallo, friendly, Mann. Friendly? Friendly? Hallo? Ja, wir müssen es versuchen. Friendly, Mann. Friendly? Hallo? Ein bisschen vorsichtig kannst du schon sein, ne? Also der liegt hier oben an den Häusern. Was, was, was? Oh mein Gott, Bro, es sind 20 Leichen. Ich komme nicht klar. 20 Leichen? Und da lebt keine mehr von? Ich habe eine krasse Waffe. Okay, nice. Alter. Okay, okay. Ich will auch mal gucken. Oh Gott, wird nicht zu gierig. Das ist krank. Diese Gier, ne? Diese Gier. Es ist nicht gut. Hallo? Oh, das ist dick. Was? Hallo? Oh mein Gott, es sind noch mehr Leichen. Bro, hier ist alles voll, Mann. Die Mags. Selbst vor mir irgendwo? Weg hier, weg hier. Hier ist ja gerade einer reingehuscht, ne? Vielleicht war ich das? Ne, ne, rechts von dir, rechts von dir irgendwo. Irgendwo ist es dann angehuscht. Als bräuchten wir das. Ey, Digga, das ist so viel Loot. Hast du eine Batterie mittlerweile für mich? Nein, habe ich immer noch nicht die Scheiß-Batterie, Mann. So, sorry. Ach so, sorry. Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen zusammenhalten. Wir sind die einzigen Verbündenden hier auf dem Server. Ja. Das Game bringt das Schlechte in dir zum Vorschein. Man muss wirklich auf sich aufpassen. Alter, ich renne hier rum, Mann. Ich kann gar nicht stehen bleiben. Komm, lass looten, oder? Ich loote jetzt einfach, Mann. Ich lege mich jetzt hier hin. Schmeiß die Mosin weg. Du machst dich damit nicht glücklich, ne? Das ist ja schon klar. Ja, aber guck mal, ich will auch mal so krasses Loot haben, Mann. Oh Gott, Alter. Das ist so viel Loot, Alter. Ich komme nicht klar. Was soll ich looten? Tod in drei, zwei. Jetzt habe ich schon mal eine Weste angezogen. Nice. Das kann doch nicht sein, das... Was denn? Zwei dicke Waffen. Was ist mit der J-Tag hier? Ja, kann man ja einfach nehmen. Ich bin so angespannt, Alter. Echt? Ja. Achtung, unten läuft. Da ist ein Bambi. Oh, ja. Hallo, moin. Was geht bei dir? Kannst du reden? Daniel, Luzi. Moin, was geht? Was ist passiert, Mann? Klär uns hier mal auf, bitte. Was ist passiert? Man geht's hier gut? Jungs, lauft einfach. Lauft. Aber in die Richtung. Warum? In die Richtung, Richtung Westen. Hier ist mit Leid alles. Also, sonst steppt ihr gleich. Was ist hier? Also, wenn ihr überleben wollt, wird ich rennt in die andere Richtung. Hier ist bei Rennen alles. Hier, Waffe. Nimm. Viel Erfolg, Bruder. Ah, korrekt. Danke. Viel Spaß euch. Ja, mein Bruder. Ebenso. Ciao. Ciao. Okay, was war das? Du sagst nach Westen, Bruder. Keine Ahnung. Okay, lass das rennen, mein Bruder. Ja, wenn Corksler sagt, geh nach Westen, dann gehen wir nach Westen. Das war Corksler, die Master. Stimmt. Ja, ja. Nice. Grüß dich draußen an Corksler. Der Mann hat immer recht. Ja, bloß wie voll wir sind. Das zählst du, Alter. Das kann nicht lange gut gehen. Warte mal, wir haben full Equip und gehen jetzt weg? Ja, richtig. Das macht keinen Sinn eigentlich, oder? Eigentlich nicht, aber er hat uns gewarnt, oder? Braucht er uns nicht? Weiß ich nicht. Gute Frage. Sollen wir nochmal fragen hier vielleicht? Ja, ich will nochmal fragen. Ja, komm, lass mal lieber abchecken. Wo? Weiß ich nicht. Oben. Auf dem Stein. Corksler? War das Corksler? Weiß ich nicht. Ist leider weggekommen. Kann gleich weniger, oder? Oh, hier unten sind ja noch mehr, Alter. Leute, oder was? Nee, Leichen. So, okay, ja. Jetzt geht die Schießerei hier natürlich los, ne? Schießt ja gerade einer auf mich. Bin mir unsicher. Oh, direkt neben meinen Füßen. Vielleicht sollten wir doch einfach weggehen? Vielleicht sollten wir doch weggehen? Corksler? Was machst du hier? Verbinden, ich blute fünfmal. Ah, oh, hier ist... Jetzt habe ich gemeint. Hier ist noch einer. Du hast die Ruhe weg, ne? Ja, komm. Abhauen. Jo, besser ist es. Lass irgendwo hin, wo es nicht so krass ist, oder? Corksler alleine lassen? Ach, der ist doch gar nicht mehr da. So. Oder? Kleiner Cut. Shit, was schreist du? Oh, habe ich mich erschreckt, Alter. Ja, sorry. Ach, nee. Ey, ich wollte looten. Auf einmal guckst du mich an mit deinen Augen. Hallo, Luzi. Lockst du ihn raus, dann kill ich ihn. Er ist friendly. Hey. Ich kann auch schießen. So ist es nicht. Nee, bitte nicht. Ey, kennst du... Nein! Marco, lass es. Nein! Wahrscheinlich Marco, oder? Du bist ein bisschen schreckhaft. Nein! Ja, sehr schreckhaft. Das war's, Bruder. Jack Losto, mein Name. Hallo. Hey. Nein! Ach, du bist es, Mann. Moin. Oh, ups. Ja. Ich dachte, er wäre das im weißen T-Shirt. Oh, Vorsicht. Oh, Schüsse. Was geht bei Bist du alleine? Ja. Ja, ich bin alleine. Oh, okay. Lass mal direkt hin, oder? Ja, äh, braucht ihr irgendwas? Ne Munition, Waffe? Waffe werden also? Gibt es zufällig einen Mag für die Vector? Ich guck mal, warte mal. Ja, Grüße gehen draußen, Jens, der Kloso. Hab leider... Gibt, 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 gibt. Ach, du willst? Was krieg ich dafür? Gibt, gibt, gibt. Oh, danke, du bist der Beste, Roman. Wo sind denn die? Das würde ich ohnehin nicht mal. Ja, irgendwo hier die Richtung. Sniperhillt, Vorsicht. Let's go. Sniperhillt, Vorsicht. Oh, nein. Was, was, was? Let's go, es war schön mit dir, Mann. Geh in die Art rein. Ja, geht noch vor, ich hab keine Waffe. Ja, hier in der Basey Standalone. Noch. Ja. Wie findest du das Game? Ja, äh, die 1.13. Ganz normal. Ja. Wie findest du, dass ähnlich die M16 mit im Game ist? Die M16? Nice. Na ja. Mal sehen, hatte die noch nicht. Oh. Ach so. Auf Mortal Server natürlich, ganz normal. Was bitte? Ich grüße meinen Ex-Bruder Erotix. Und ich hoffe, dass du irgendwann wieder zu mir zurückkommst. Oh. Das wäre schon. Gibt's Beef oder was? Ja, Streit. Scheiße. Scheiße. Erzähl doch die Story schnell. Äh, ja. Streit gehabt. Und keine Chance mehr irgendwie, jetzt noch was zu machen da. Ich hab viel Mist gebaut. Wie heißt der Kollege? Ja, kennen wir aber auch. Ja, gut. Auch Brüderschaften können wir zu Ende gehen. Erotix, Mann. Auch Brüderschaften, ja. Hör dir doch diesen jungen Mann an. Der vermisst sich, Mann. Ja, total. Vor uns, vor uns. Yo, moin. Wow, Alter. Hallo, hallo, hallo. Was seh's, Alter? Moin, Mann. Hallo, hallo, hallo. Bist du friendly? Hi. Ey. 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 Ey, jo. Ey. Ey. Bist du alleine? Kollege der Boss. Ich freue ihn nur nicht. Ey. Oh Gott, ich hab mich verdrückt. Uff. Nein. Schnell wieder. Aber ich glaub, der ist echt friendly. Ja, mag er jetzt friendly, friendly. Easy. Friendly, friendly. Friendly? Friendly? Bin mir nicht sicher. Yo, yo. Yo, yo. Nice, nice, Mann. Yo, yo. Nice. Ja, nice. Wart ihr schon mal in, äh, in Vibor Military hier? Oh, noch Ladehemmung. Alter, wie du da draufhämmerst. Hallo. Ey, gib auch. Was ist los, ey? Ey. Was ist, was wird das? Ist der das? Scheiße. Ja, und jetzt? Äh, nochmal Steps. Oder? War's, Mann. Oh! Oh, ja. Alter, war's, Mann, Alter. Der gehört nicht zu mir, der gehört nicht zu mir. Wird nicht. Der flieht in Wahl, der flieht in Wahl. Angriff, Mann. Shit. Ja, let's go. Ich hab nur Bauermaschine, ne? Genau, die Richtung ist er gegangen. Da vorne ist er, Mann, ja? Da, Alter. Den werden wir zerbersten, Mann. Was soll denn das? Ey, wieder dieses asoziale Verhalten, ne? Ja, wir sind hier viel friendly, wollen nach Vibor. Warum greift er uns an? Wir sind in der Überzahl. Wir reden, wir sind friendly. Und er schießt hier rein, oder was? Hast du ihn gesehen, oder bist du gemutet? Ich bin gemutet, scheiße, ja. Nice, good job. Good job. Vor mir, vor mir, vor mir, vor mir, vor mir. Ja, ich seh ihn, ich seh ihn. Eingang jetzt gleich. Ja. Er hat geschossen, er hat geschossen. Nice, Mann. Yeah. Nice, ey. 0815 natürlich hier nicht so friendly auf dem Server heute. Ach, nee, nicht 0815. Oh, 0815 mal wieder. Jo, nehmt euch die Waffen. Ich konnte sie besser getroffen. Warte mal, sind wir dem nicht schon mal begegnet? Heute? Na, ich nicht. Oh nein, das ist der Bob. Bob, Mann. Der Bob, ach so. Bob, Mann, warum? Grüße gerne raus, Bob. Scheiße. Fuck. Wo gehst du hin? Keine Ah, hin. Ach so. Ja, wo gehst du hin? Also, Wengel, wo hat gerade den Sosnowi umgebracht? Wollte eigentlich dorthin. Sosnowi ist so brutal. Sosnowi, blöd. Sosnowi. Warum ist das brutal? Was ist da los? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, das ist schon so eine Action, ne? Hier, in der D-Sterne, aber wo nicht? Wo ist denn das? So. Weiß ich nicht. Ja, dann viel Glück auf deiner Reise, Mann. High five. Ja, geil, geil. Geil, geil, jo. Nice, 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 nice. Ganz normale Verabschiedung. Feiner ist gleich. Ja, moin, äh, komm schon mit nach Seleno, gell? Ja, natürlich, komm ich mit. Perfekt. Geht's auch. Ja, ich würde sagen, das machen wir. Liebe Leute, Restart, Daniel ist in Prison. Bei uns ist einer eingeloggt. Und ich versuche, den jetzt abzulenken. Also, wir sind alle eingeloggt, ja. Und Daniel versucht, ihn da von hinten irgendwie an Cunchies zu schießen. Frisch nach dem Server Restart. Und dann haben wir hier richtig neis, äh, hier, ne Aktion am Start. So, jetzt sprich mal bitte. Hallo? Die Tür? Ich? Ja, ich weiß. Hallo? Du musst schon ein bisschen reden. Da oben ist doch nichts, oder? Bin drin. Hallo? Ich schwör's dir, hier hat jemand nachgeladen gerade. Oh, er ist recht, das oben. Er kommt runter. Geil, kill ihn bitte. Du hasst ihn! Du hasst ihn! Ja. Okay, lass ihn schnell entwaffnen. Hab ihn. Der hat noch mehr, Mann. Ich muss ihn kurz verbinden. Hast du ihn getötet? Hallo? Noch nicht, noch nicht. Ach, fick dich, ey. Oh mein Gott, er rastet aus hier. Moin. 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 Ja, er hat sofort die Waffe gezückt. Was soll ich denn machen? Ja, selber. Achtung, tausend Zombies. Bruder. Oh Gott. Oh Mann, ey. Das Game, ne? Also man kann's wirklich nicht mehr spielen. Ey, ich kann die Waffe nicht mehr schultern. Was ist das? Hä? Normal, oder nicht? Du blutest. Ja, ich weiß. Ich kann nichts mehr machen. Hallo? Hallo? Kann ich nur schießen? Schießen kann ich auch nicht mehr. Ne. Nice. Gutes Game auf jeden Fall. Ergeben? Wo ist meine Waffe hin? Ich will... Keine Ahnung, was weiß denn ich, Mann? Die Waffe ist weg auf einmal. Bei mir hast du eine am Rücken. Oh, Digga, ey. Das Game ist so lost, Junge. Wie kann das sein? Bei mir hast du eine Waffe am Rücken. Ich kann nichts machen. Du hast jetzt gerade geschlagen gegen die Wand. Die Waffe ist weg. Welche? Eine M4. Die hast du am Rücken? Nein. Natürlich. Ne. Oh Gott, Achtung! Was denn? Mich lassen wir in Ruhe. Oh, ne, doch nicht. Das, ey, das kann nicht wahr sein, ne? Wirklich, es kann nicht wahr sein. Immerhin blute ich nicht. Das ist ja ein Wunder. Oh mein Gott, Alter. Du kannst mal die Weste anziehen, ey. Du wärst tot. Ja, liebe Leute, so endet es leider, wenn man mit uns nicht redet. Ja, liebe Freunde, da könnt ihr nochmal beobachten, wie heißt der Bruder hier? Sarah. Sarah. Es geht raus an Sarah an der Stelle. Wieso redest du denn nicht? Rede doch einfach mal. Rede doch einfach mal, dann wird das ganz anders ausgegangen. Oder besorgt doch ein Microphone und so, dass ich meine, das ist ein Interaktionsgame. Ein Microphone auf jeden. Das ist halt ein Interaktionsgame, das vergessen halt auch immer noch viele hier und dementsprechend... So, dementsprechend kamen wir da natürlich direkt nochmal reinschießen, Bro. Und ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Cut, oder? Ja, man, perfekt. Nice. Nein! So, liebe Leute... Hä? Ich habe irgendeine Wink... Wie können Sie den Kontrast aktivieren? Fick dich, Windows, ey. Mann. Ja, so. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Liebe Freunde... Liebe Freunde... Liebe Leute, wir haben Seleno überlebt. Ich kann keine Waffen mehr ziehen. Es gibt 20.000 neue Bugs in diesem Spiel. Ja, wirklich, ne? Es geht einfach nichts mehr. Es wird immer schlimmer. Vor sieben Jahren, ich schwöre es... Ja, okay, war eher so... Da gab es auch seine... Das Game war auch seine Problemchen, ne? Ja, aber dafür haben wir was Positives mitzuteilen, denn... Jetzt kommt das Beste in der Folge, nämlich die Gag-Sektion. Die Gag-Sektion kommt noch. Ja. Wir haben fast vergessen... Ich kann nicht mehr reden heute Abend. Nice. Das macht gar nichts, denn jetzt... Denn jetzt lesen wir... Oh mein Gott. Kognitiv natürlich ein bisschen runterfahren hier. Und zwar, ich fange mal direkt an, dann habe ich es hinter mir. Ich habe hier einen von Eigelb. Und der fragt, wo kann man Brot aus aller Welt bestaunen, Bro? Weiß ich nicht, Mann. Richtig, Bro. Und natürlich im Brotanischen Garten. Oh Gott, really? Ja. Ach du Scheiße, ey. Sag mal, weißt du eigentlich auch, wo man Brüder aus aller Welt begutachten kann? Richtig, Bro. Im Brotanischen Garten. Ja. Hast du auch noch einen, oder? Ja, auch noch einen. Von Psyloman und zwar Hashtag-Gag. Warum stolpert man an der Grenze zwischen der Schweiz und Frankreich? Warte, 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 stopp. Halt. Kann man das bringen, was jetzt kommt? Ja. Das ist jetzt weder gegen unsere Schweizer noch unsere französischen Freunde, ja? Richtig. Okay. Ich bin gespannt. Na, da liegt ein Stein. Oh mein Gott. Alter, Liechtenstein, oder? Oh mein Gott. Der war krank, ne? Ja. Grüße gehen raus dafür. Hammer Gags, diese Folge natürlich. Weißt du was? Ist Liechtenstein nicht zwischen Österreich und Schweiz? Ich hatte keine Ahnung, wo Liechtenstein ist. Natürlich ist es doch. Aber was hat das mit Frankreich zu tun? Egal. Guter Gag, Psyloman auf jeden Fall. Grüße gehen raus an dich. Obwohl natürlich Liechtenstein ganz woanders liegt. Aber hey. Poste doch mal einen Link zu Google Maps unten in die Kommentare. Dann können wir das mal checken. An der Stelle kleiner Faktencheck hier zu den Gags. Man muss, das ist überall Fake News, ne? Man muss wirklich jeden Gag überprüfen vorher. Kannst du dich ein bisschen beeilen? Meine Festplatte läuft bald voll. Achso. Alles klar. Perfekt. Nice. Dann machen wir natürlich einen Cut. Ja, geil. Klar sein, ey. Ich muss schießen. Ich kann nichts mehr wechseln. Ich kann nichts zur Bohrmaschine wechseln. Ich kann nichts machen, Bruder. Ich habe ein Leben, Mann. Doch, Bruder, sie kommen. Ich habe ein Leben. Wobei, ich könnte die auf den Boden schmeißen. Das ist eine gute Idee. Dann kann ich den nehmen und die... Oh, nee. Ich kann ihn nicht mehr aufnehmen jetzt. Oh, nein. Bro, ich kann deine Waffe nicht mehr aufnehmen. Doch, es geht wieder. Ja, du hast mich mit der Bohrmaschine getroffen, Mann. Achso. Wie er reinschlägt. Ich habe ein Leben, Alter. Keine Rücksicht auf Verluste. Ja, was, Mann? Mir geht es auch nicht so gut. Achso. Ja. Zumindest werde ich nicht so rumlaufen wie du. Jetzt kriege ich dich mal wieder ein. Was für ein Kriegen. Ich kann nicht mehr. Achso. Das ist vorbei jetzt. Die Grenze ist überschritten worden. Das ist vorbei jetzt in der Daisy-Side. Die Grenze ist überschritten worden gerade. Nimm doch mal deine Waffen in die Hand. Welche? Was ist los? Achso, du hast zwei am Rücken. Nee, ich habe eine am Rücken. Die kann ich nicht in meine Hand nehmen. Da, an deinem Rücken, Bruder. Geht nicht. Oh, sorry. Yo, Bohrmaschine. Ey, ohne Scheiß. Ja, komm doch. Hütte mich doch. Jetzt bin ich noch langsamer. Alter. Du bist so ein Stück Code, ne? Wirklich. Wahrscheinlich Code, oder? Wahrscheinlich Code, oder? Yo. Natürlich. Ich blute. Warte, lass mich verbinden. Lass mich wenigstens verbinden. Das hast du wenigstens einleben. Ja. Ich habe nichts. Mein Kreuz ist leer und es blinkt. Meins auch. Moin. Geh weg. Ich mache nichts. Frieden? Ja, Frieden. Ja. Alter, wie geht es mir jetzt? Wie du gläufst. Halt die Backen. So, kommt hier noch jemand, oder? Ja, wenn jetzt einer kommt, wäre das scheiße. Kleinen grünen Häuschen, oder so. Nee, oder? Ey, ich kann nicht mal abhauen. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Oh, steht, er kommt. Der kommt, Bro. Verteidige dich. Verteidige dich. Womit denn? Du willst mir zurücklaufen, wenn er boxt. Das ist unsere Chance. Das ist unsere einzige Chance, gerade zu überleben, ne? Guck mal, man ist... Wenn man rückwärts läuft, ist man gar nicht so langsam. Das stimmt. Das ist, glaube ich, auch ein Bug, oder? Nee, ich glaube, das ist ganz normal. Das haben sich die Game Designer so überlegt. Hinter uns. Wow. Oh. Friendly. Hallo. Kann er bitte die Bohrmaschine wegnehmen? Muss der andere? Meist du nicht? Ey, du musst uns helfen. Ja, hier ist ein Sniper, Mann. Hä? Oh. Ja, ich bin der Sniper. Ja, ich bin's wieder. Du musst uns helfen, das ist irgendwo ein Bambi. Das ist ein Sniper. Was braucht der? Was braucht der? Was braucht der? Das ist irgendwo ein Bambi-Bohrmaschine, der wird uns killen. Oh mein Gott. Hallo, Bambi? Ja, okay. Wo bist du? Bambi. Komm raus. Ach, ihr seid's. Ach, ihr seid's wieder. Ach, ich bin ja gestorben, so. Bambi, wo bist du? Krankenhaus abgecheckt. Bambi. Moin. Moin. Oh. War der das? Alter, was? Das war so Weiber 2, Alter. So Weiber 2 war das. Tut mir leid, so Weiber 2. Aber ich bin ein bisschen paranoid, muss ich sagen. Oh, der ist aber richtig aus dem Leben gehauen, ne? Moin. Ja, guck mal, der war auch noch bewaffnet. Der Weiber 2. Moin. So geil, Alter. Ja, gut, Leute, das kann natürlich mal passieren. Hier, kleiner Unfall. Grüße gehen raus natürlich an zu Weiber 2. Das war so nicht geplant, aber hey. Ja, dann würde ich sagen, wir haben einen kleinen Cut, Bro, oder? Würde ich auch sagen, oder? Wir sind angeschlagen, wir werden ein bisschen looten, ein bisschen uns verfehlen. Halt, hör auf, Mann. Alles easy, Mann. Oh, wir sind uns nächsten Sonntag wieder 19 Uhr. Wollte welche anlochen? Machen wir, auf jeden Fall. Perfekt, Mann. Ciao. Das war's mit dieser Folge. Endlich mal wieder ein bisschen länger. Wir haben auch ein bisschen mehr erlebt diese Woche, muss ich sagen, wegen des Vibes, weil viele sind nicht in der Base am Gammeln oder am Trader am Gammeln, sondern die Leute sind halt unterwegs auf dem Server. Das sind wir ganz erfrischend nach einem Vibe. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche. Sorry. Nächste Woche wieder 19 Uhr, sonntags mit Daniel. Ansonsten, falls euch langweilig ist, schaut gerne mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Da streame ich live. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Oder falls euch noch langweiliger ist, ist das langweilig, dann schaut euch doch mal meinen Zweitkanal auf YouTube an. Den Link findet ihr ebenso in der Videobeschreibung. Dementsprechend bis dahin, ich bin erstmal raus, euer Luci und ciao.